Nur wenn perfekte Bedingungen herrschen, nur wenn die Kühe grasen und grasen und grasen und wieder käuen, um wieder zu grasen, nur wenn der Bauer den richtigen Dreher aus hat, nur wenn die Milch so wenig wie möglich geschüttelt wird, nur wenn alles, aber wirklich alles so ist, wie es sein muss, nämlich perfekt. Und nur wenn man dann ganz viel, viel Geduld hat und ganz viel Feingefühl, nur dann wird ein Käse ein echter Schweizer Ermittaler AOC.